Hallo, mein Name ist Jörg Würle von der Firma Badend Heizung in Wüllerzell. Unser Betrieb besteht seit 1990. Wir beschäftigen hier 18 Mitarbeiter. Privatkundschaft betreuen wir im Bereich Heizung und Sanitär. Heizung liegt unsere Stärke bei den regenerativen Energien wie Stückholzheizungen, Pelletheizungen, Hackschnitzelheizungen, Solaranlagen. Im Bereich Sanitär sind wir sehr stark, was den Badenbau angeht. Hier machen wir für sehr viele Kunden Komplettbäder, sprich wir organisieren die ganze Leistung wie Fliesenleger, Elektro, Schreiner, Gipser, Maler, alles mit. Also sind wir tätig in Industriebetrieben, die hier ansässig sind. Wir arbeiten seit dem Jahr 2011 mit der Firma IVT zusammen. Wir haben angefangen mit der Fußbodenheizung und haben dann das Sortiment erweitert auf das komplette Rohrsystem. Zuerst mit den Metallfittingen. Mittlerweile haben wir umgestellt auf Kunststofffittinge. Dazu gekommen zu IVT sind wir über den sehr engagierten Mitarbeiter der Firma IVT, Kevin Sauerbeck, der uns bestens betreut, der bei uns das Lager führt, der die Bestellungen komplett auslöst. Das heißt für uns, wir müssen uns um die Lagerverwaltung gar nicht kümmern. Einen besseren Partner wie IVT kann es in diesem Bereich nicht geben. und das ist ganz nett. Untertitelung des ZDF, 2020